Moin Da sich einige gewünscht haben sowas öfter mal zu sehen, wo ich selber zocke Hab ich mir gedacht Ich tryhard heute mal auf GOMMA HD Hä? Ist mal verwirrt hier rumlaufen Und ähm Der hat nen Harnisch, den ich mir erstmal snacken kann Weil der keine Waffe hat, easy Sorry Bro Okay, nein, ich will ein paar Sachen ansprechen Das ist jetzt hier mehr Gute Möglichkeit ein Infovideo Daraus zu machen Denn Einige haben beim letzten Mal echt Aids gekriegt Wegen des Texture Packs Steht halt nicht auf Swax Für PvP Deswegen hab ich von 1912 Und damals noch ein Phasen HD PvP Ressource Pack 3 Jetzt drin Was eigentlich ganz nice ist Und Spiel hier auf GOMMA HD einfach mal ne Runde Quick Survival Games Die ich nicht gewinnen werde wahrscheinlich Aber Einfach um ein bisschen zu quatschen Oh Gott Ähm Hier geht's ab Moment Ähm Wollen wir den Hehehehe Okay, die Angel war vollkommen unnötig Ähm Sekunde Okay Okay Wow Erstmal ganz kurz verschwinden Ja Donnerstag Äh, kommt die erste Analyse der Unter tausend Abonnenten Menschen Und da das aber diesmal so viele sind Und ich so vielen dazu gesagt habe Werde ich auf jeden Fall Nochmal sowas bringen Also diese Woche Donnerstag Und wahrscheinlich nächste Woche Donnerstag auch nochmal Das heißt wenn diese Woche Donnerstag Euer Vorschlag nicht dabei war Wartet einfach noch nächste Woche Donnerstag ab Dann Denke ich mal lässt sich das klären Ansonsten schreibt mich nochmal darauf gehend an Genau Und ich guck jetzt mal Ob ich hier nochmal irgendwen finde Ne, also wie gesagt Analyse der kleinen YouTuber Kommt dann am Donnerstag Okay Okay, 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 okay Äh, ich bin ganz gut equipped Ähm Ich weiß gar nicht wie viele noch leben Äh, der ist mit startet in 5 Sekunden Und dann guck ich mal Es laggt halt ein bisschen bei mir Da hab ich ihn grad gesehen Ah, ist tatsächlich nur einer Äh, wenn ich die aufnahme Ihr habt glaube ich jetzt so 30 FPS Ah, geil Okay, völlige Unfähigkeit mal wieder Aber wenn ich selber aufnehme Weil ich mit Fraps aufnehme Ja, sind vor allem Bogenschüsse hart Die so ein bisschen nachziehen Dann hab ich nur so 20 FPS wenn ich aufnehme Und das stört halt echt Muss ich mal gucken, ob ich mir irgendwie Action oder OBS zulegen kann Ja, ja Okay, ich wär Mhm Okay Hat jetzt nicht nochmal Bock Auf eine Runde Auf eine Runde Survival Games Äh, hab deswegen Bin ich mal auf Badline gegangen Und mach jetzt hier dieses No-Hit-Delay 1vs1 Kombo Der Kombospielmodus Auf Badline Und gucke einfach mal wie das hier wird Denn ich habe noch was zu sagen Und zwar Und zwar Okay Und zwar haben mich einige gefragt Ob sie mal mit mir zocken können Oder ob ich mit ihnen mal zocke Und da hab ich mir gedacht Äh, lasst uns doch mal sowas machen Ich kündige einfach Keine Ahnung, irgendwann nächste Woche an In einem Video Äh, dass ich jetzt auf Timolia bin Und da könnt ihr dann gerne mal 1vs1 gegen mich spielen Äh, mir genau gesagt ordentlich auf die Schnauze geben Weil, ihr seht's ja Ich hab halt nach wie vor nicht viel Minecraft gespielt Äh, seit dem letzten Mal Ja, und das ist doch einfach eine gute Möglichkeit Dass wir uns einfach auf Timolia mal treffen Und ein bisschen Ja, wenn ich hier am Reden bin Kann ich mich auch gar nicht drauf konzentrieren Den kaputt zu hauen Und dass wir dann einfach mal ein bisschen 1vs1 gegeneinander machen Und ihr so ein bisschen mit mir zocken könnt Fand ich eine ganz lustige Idee Und nebenbei werde ich da Ein paar Sachen dann Oder ein paar Mal dann auch die Aufnahmetaste drücken Und daraus mal ein Highlights-Video schneiden Praktisch wie ich dann gegen meine Abonnenten gespielt habe Wenn ihr Bock darauf habt Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben Weil ich weiß, dass einige gefragt haben Ob wir mal zusammen Minecraft spielen können Und... Ist ja gar kein Problem Dann machen wir einfach eine Zeit ab Entweder kündige ich das in dem Video an Oder ich... Wir besprechen das so Okay Und dann denke ich mal Wird das schon laufen Äh, hab jetzt gegen den Typen nicht gewonnen Ist aber auch egal Soll nur ein Infovideo sein Wo ich ein bisschen im Hintergrund gezockt habe Also wie gesagt Können gerne mal zusammen zocken Und... Ups... Da wollte ich jetzt nicht hin Aber bedanke ich mich erstmal Fürs Zusehen und... Haut da rein! Und... Und...